Nein, ich bin im Kampf! Nein! Run! Waiting? Waiting? Nein! Mein Pokémon ist tot! Schön, dass du dabei bist und willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Hallo! Mit dabei ist der Papier-LP, guten Tag! Hallo! Und wie ihr schon hier auf dem Startbildschirm sehen könnt, spielen wir nichts Geringeres als Pixelmon. Möchtest du mal irgendwie so erzählen, was das so ist? Also, das ist Pokémon in Minecraft. Ende! Punkt! Fertig! Weil Block Network ist ja so gut zu Ende gegangen und dann dachten wir, machen wir mal was Neues zusammen. Und dann haben wir gedacht, wir mögen Pokémon und Minecraft, machen wir Pixelmon. Und jetzt sind wir hier und müssen uns erstmal einen Pokémon auswählen. Welcome to the world of Pixelmon. Thank you for installing this mod. Now please pick up your desire starter Pokémon. Also, ich will das Coming Soon Pokémon haben. Wenn ihr die Mod auch wollt, dann guckt einfach in der Videobeschreibung, da ist bestimmt hoffentlich alles verlinkt. Nächste Woche, also die Folge kommt jetzt bei uns beiden, nächste Woche kommt die bei Papier-LP, dann bei mir, dann bei ihm. Immer so abwechslend, immer mittwochs, ne? Genau. Korrekt. Welches Pokémon nimmst du? Ich weiß nämlich schon, was ich nehme. Ich nehme nämlich Blumanda. Ist jetzt die Frage, ne? Macht es einen Sinn, ein süßes Pokémon zu nehmen? Ich wette, das andere Pokémon fällt dann einfach um, ja? Einfach nur den Weg. Dann nehme ich... Willst du Piplup nehmen? Ja! Ich weiß es aber... Aber warte mal, Piplup ist doch ein Wasser-Pokémon auch, ne? Ja. Ach komm, wir nehmen Piplup. YOLO! Ich habe Piplup. Schamanda. Pam, wo bist du? Da bist du! Hoffentlich kein Schneebium. Pam. Ah, Musik! Oh Gott! Äh, äh, gut, dass ich die Schaus gemacht habe. Oh, oh, da ist schon ein Nebulag. Ähm, äh, ich spiele mit dem Sphex-Texturen-Pack, damit das ein bisschen schnieker aussieht. Äh, wollen wir... Ein Standard. Wollen wir erstmal so abhauen? Ja, lassen wir erstmal weg. Ich habe einen Dirtblock. So, aber das ist gut. Dann lassen wir einfach hier weg. Oh, hier sind schon Pokémon. Ah, oh, komm, hier ist ein Piplup. Oh! Wie ihr seht, äh, es funktioniert alles. Warte, ich hole mal mein Dings raus. Da ist mein Charmin da. Wo ist meins? Äh, ja. Also, es sieht relativ cool eigentlich aus. Das haben wir dort auch genommen. Und, äh... Und wir haben keine Ahnung, was wir machen werden. Moment, irgendwie kommt man diese Leiste... Ah, okay, die Leiste kommt man so verbergen. Oh, genau. Ja, habe ich auch schon. Und, Alter, hier ist ja voll die Scheiße. So süß. Ah ja, und danke hier an Bucketmania.net. Die waren so nett und haben uns den Server zur Verfügung gestellt. Danke. Die sind auch natürlich in der Videobeschreibung. Genau, weil wir es vergessen haben. Äh, weil wir es verkackt haben. Lebt die Welt auch bei dir ein bisschen langsam? Nö. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo du bist. Wir haben uns verloren. Ich bin direkt hinter dir, du Bauer. Äh, was? Ach so, da. Hi. Warte, hier, hier, hier. Hier, ich hau dich. Was ist so süß? Es ist so süß. Ach ja, das ist so cool. Ich will der Allah bist du sein. Keiner vor mir war, vor mir war, vor mir war. Ganz allein schnappe ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich muss Hühner töten, um Essen zu sammeln. Ja, äh. Ich sag auch noch, ne? Gehör kein Schnee. Oh, ja, geil, wüsste. Das ist auch genauso gut. Äh, was sagt ihr? Ist das ein Baum? Das ist ein Baum, ne? Ey, wir müssen hier raus. Ich muss dieses Hohn töten. Ah, hab ich getan. Okay, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin in der Wüste. Fuck, wo bist du? Ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo geradeaus ist. Ich bin jetzt bei X380 und Z142. Warte mal, X... Wo kann ich das sehen? Das ist weg. Ach da, 380. Wo muss ich da lang? Oh, in Z144. Ja, 142. Ja, wo bist du denn da? Ah, da. Gut. Äh, lass mal... Ich würde sagen, normales Bio. Oh, hier haben wir schon direkt so ein... Keinen Baum. Kann man aber, glaube ich, gar nicht so abbauen, oder? Doch, doch, irgendwie. Okay, wir versuchen es mal. Gib mir das. Gib mir das. Ich weiß, hab ich einen Deadblock abgebracht. Ja! Oh. Fuck. Ja, wir haben es kaputt gemacht, ne? So. Okay, war das richtig wichtig? Oh, 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 hier ist schon Level 30 und alles. Und ich glaube, die könnte ich ja auch angreifen, ne? Ja, aber ich... Ja, genau. Einfach random. Dann, äh, hauen wir lieber mal schnell ab. Ähm... Oh, 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 oh. Ist da Lava? Nein, aber ich hab mich grad wegen dem Pokémon erschreckt. Ich würde sagen, wir suchen erstmal so... Oh, guck mal, guck mal. Ein Diktri... Diktriu, keine Ahnung. Übrigens ist alles auf Englisch, geil. Ich will das hauen, kann ich nicht. Ja, äh, das ist ein bisschen, weil die Entwickler Englisch sind. Ja. Also Engländer oder Amerikaner. Und, äh, deshalb kann man keine Sprache auswählen. Boah, das Geile erstmal direkt die ersten fünf Minuten. Erstmal irgendein Biom suchen, was passt. Das macht natürlich richtig... Alter, guck mal, wie groß... Nein, ich bin im Kampf! Nein! Run! Waiting? Waiting? Nein! Mein Pokémon ist tot! Ihr könnt aber weiterlaufen. Mein Pokémon ist tot! Müssen wir irgendwie healen. Ja, aber das geht ja... Also wir müssen ja erstmal... Scheiße! Wir müssen ja erstmal so... So eine Basis bauen. Ja. Lass erstmal jetzt ein Biom... Lass erstmal ein Biom finden, wo wir uns aufbauen können. Läuft bei mir! Direkt mein Pokémon! Das ist übrigens weiblich. Ne, männlich. Schade. Ja, ja, weil meinst du süßes? Deswegen wird's nicht angegriffen. Oh nein! Jetzt ist mein Pokémon tot! Ich kann doch bald nicht mehr sprinten. Das ist doch... Ah, ah! Ich hab jetzt gleich drei Hungerballen. Alter, sind hier viele Viecher. Alter... Boah, geiler Berg, ey. Leck mir mal... Loi, was ist das denn da hinten für ein Vieh? Ist es... Ist es Lower Blood, oder wie heißen die, ne? Ey, das kann sein. Aber da hinten ist... Ich kann nicht mehr sprinten. Hier ist doch bestimmt normales Biom. Wenn wir hier lang gehen. Ja, lauf du mal vor, ne? Ja, okay. Da ist... Hier ist ein Dorf, hier ist ein Dorf! Ja, ich kann ja mal sprinten. Und hier sind Pokémon. Sind da Karotten? Weiß ich nicht, hier sind Pokémon. Wir haben ein Dorf gefunden. Cool. Geht ja schon super los hier. Schmiede? Ja, hier sind Karotten, hier sind Karotten. Ja, ich brauch was zum Feier. Und Weizen. Und ich will gucken, ob hier eine Schmiede ist. Nein, ist nicht. Warte, ich baue mir grad gerade Karotten. Karotten, Karotten. Alter, das ist laut. Ah, das sind Kartoffeln. Ich will keine Kartoffeln. Und Weizen. Geh weg, ey, scheiß Villager. Ja, die haben bestimmt wieder richtig überteuerte Preise. Eben. Das ist schon mal gut, wenn wir Karotten haben, dann haben wir direkt was zu essen. Also, also, zum Anbauen, meine ich. Leute, hast du grad hier Villager getötet? Ne. Ah, das ist ein Lauf gegen Kakteen. Äh, Kakteen. Kaktusse. Kaktusse, ja. Achso, wir nehmen das alles mit? Ich dachte, wir bleiben hier, aber okay. Nein, nein. Äh, ja. Wir nehmen das alles mit. Warte, da ist, äh... Oh nein, da hinten ist Dschungel! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das wird gay. Wollen wir mal so nach rechts gehen? Vielleicht ist da irgendwas. Nach rechts? Warte, hier sind Bücherregel. Ah, willst du die Bücher? Ja, scheiß auf die Kackbücher. Okay, lass die mitnehmen. Aber wenigstens Werkbank, da ist auch eine Werkbank drin, oder? Ja. Werkbank! Nimm die Bücher mit. Oder gehen die kaputt, wenn ich die mit der Hand abbaue? Nee, ich glaube nicht. Warte. Gucken wir, gucken wir. Nein, 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 die gehen. Wie schnell brauchst du... Wie schnell bist du, um die abzubauen, ey? Ja, ich bin halt Karate-Kid. So. Alles meins. Zehn Bücher hab ich. Achso, ich sollte mal was fressen. Oh, sorry. Ich sollte mal was fressen. Dann lass mal nach rechts gehen. Äh, wir können... Ja, gut. Ich hab gesagt, wir könnten auch erstmal Holz sammeln gehen, oder so. Nee. Das ist echt ätzend, dass hier einfach kein Biom ist. Hier, warum... Okay, lass nach links. Lass nach links, hier ist Dschungel. Was ist nach links? Durch den Dschungel, oder was? Nein, nicht durch den Dschungel. Andere Seite. Was ist denn das für ein Dreck hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist ein Spawner. Ist das ein Spawner? Guck mal her, warte. Ich hör Zombies, warte. Ich hab Angst. Ja, das ist 100 Pro ein Spawner. Die sind immer so aufgebaut. Aber ist der Spawner da nicht wenigstens teilweise, wenigstens zu sehen, oder so? Nö. Lol. Ne, warte, hier ist Cobblestone. Wo? Hier, rechts. Hier auch. Hier ist Musestone. Oh, Junge, wir haben mal keine Werkzeuge. Und es wird Nacht. Ich hol mal Holz. Das ist echt kacke. Wir haben noch nichts geschafft. Ja doch, wir haben ein Dorf gefunden und ein Spawner. Ja, super. Aber wir haben keine Bleibe. Und kein Biom und so. Ich glaub, da hinten ist wieder... Ist da hinten wieder Wüste? Dann gehen wir einfach durch, da durch. Was ist ätzend? So, kommt das hier. Es wird übrigens Nacht, ne? Ich weiß. Ich versuch's. Es ist auch so, dass die Pokémon dem Biom angepasst sind. Und nachts auch andere rauskommen, ne? Ja. Hab ich gehört. Ich hab zwei Sperter. Ja, gib mir mal eins. Hast du ne Spitzhacke? Ne. Ich mach mal. Dann baute dir eine. Wollt mir eigentlich mal kurz... Was ist das denn für ein Vieh? Die Leute sind dick, lad. Geil. So, dann lass mal versuchen... Das Ding abzubauen. Lol, da ist irgendwann mal ein Zombie gespawnt. Warte, warte. Tötest du den jetzt? Wollt ihn eigentlich nicht. Ja gut, jetzt verreckt er. Äh, hier, wo ist denn das? Hier. Hast du ne Küste? Oh fuck, 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 fuck. Alter. Achtung, der ist hinter dir. Oh Gott. Verreck elendig. Warte, bau doch zu, bau doch zu. Nein, nein, da war... Da ist ja kein... Das ist hier unten, glaub ich. Ja, hier. Hier ist der Spawner, hier ist der Spawner. Ich baue ihn ab, ich baue ihn ab. Ha! Ich bin so gut. Ja, Face, bütches. Jetzt brauchen wir nur noch die Kisten. Wo sind die Kisten? Hinter dir sind übrigens zwei Zombies, ne? Oh, drei sogar. Ja, warte, ich töte die mal. Alter, wo sind denn hier die Kisten, Mann? Alter. Irgendwann laut, warte. Wenn jetzt welche von oben kommen, das wäre schlecht. Ich töte die ganze Zeit einfach. Nein, mein Schwert ist kaputt. Alter, wo sind denn die hässlichen Kisten? Wo sind die... Alter, wo kommen die ganzen Zombies her? Oh, geil, XP. Ja, für mich. Was für Level hast du? Keins. Oh Gott, ey. Wo sind denn die... Such mal die Kisten. Die müssen doch hier irgendwo sein. Wo kommen die alle her? Keine Ahnung. Loll. Aber wir hätten uns das Schaufel machen sollen, ne? Wolle ich? Ne. Ich gebe mal ein. Hast du jetzt den Spitzagern nicht gebaut? Hättest du auch hier Kabelstorn abbauen können. Warte, ich mach mal... Ich mach mal hier so eine Craftingbox. Alter. Äh, so. Oh, fuck. Nein, das war dumm. Was denn? Oh, beinahe bin ich hochgekommen. Ach, warte, ich hab ja Kabelstorn. Äh, ne, hier ist ja Kabelstorn, dann kann ich mal ein bisschen Stein abbauen. Sehr glücklich, dass hier kein Monster bisher gespawnt ist. Ich baue mal ein bisschen Stein ab. Einfach so, erstmal, um Stein zu haben. Ja, gut. Wenn hier jetzt eins reinfällt, dann sind wir relativ am Arsch. Wir sind jetzt hier... Warum wir? Ich bin da nicht dran. Wir sind die Überlebenskünstler. Hä? Aber das Ding ist an der Seite, oder? Achso, meinst du... So, ich hab jetzt erstmal eine Schaufel. Versuch's gar nicht, hat den Kisten, oder? Doch, doch, doch. Jetzt such ich. Wie immer einen Kabelstorn. Dann kann ich eine Steinschaufel bauen. Aber jetzt mal ohne Witz, wo sind die Kisten? Das wäre jetzt voll asozial, wenn wir jetzt die ganze Zeit einer Kisten suchen und küsst keiner. Aber vorsichtig, hier vorne sind die Zombies, hier vorne sind die Zombies, vorsichtig. Ja, macht ja nichts. Hier ist eine Kiste. Ah, die kann ich nicht öffnen, fuck. Versuch die mal abzubauen und mach die Kiste auf währenddessen. Oder so. Hier. Eine Disc, cool. Ein Eimer, Namensschild, vier Weizen, auch eine Disc. Oder guckst du da gerade auch rein? Ha, hu, ha, hier ist einer mit Goldrüstern. Wo ist denn noch eine Kiste? Hier wahrscheinlich, ne? Ach, da. Ja, Junge, da ist Eisen, da ist Eisen. Ja, ich weiß, aber pass auf. Oh, Junge, spring doch nicht in mich rein. Ich hab auch gar kein Schwert mehr. Ich auch nicht. Warte, ich mach mir mal eins aus Stein. So, ich hab noch ein Holzschwert, was fast kaputt ist. Geht ja schon noch richtig Action-Reche hier los, ne? Ich hab auch zwei Eisen, ne? Also ich muss noch mal was essen. Da ist auch Eisen, also das können wir theoretisch abbauen. Ich könnte jetzt auch gerade ein Eisenschwert bauen. Soll ich ein Eisenschwert bauen? Äh, nein, mach nicht. Was soll man jetzt raus mit dem Eisen machen? Ja, erstmal warten. Das ist auf jeden Fall ein Zombie mit Goldrüstern. So, ich, äh, ja gut, aber die kriegst du ja nicht. Wenn du, warte mal, ich baue die mal ab. Ja doch, wenn du Glück hast, dann... So, und dann, äh, komm mal hin. Sind hier noch Kisten irgendwie? Ne, ne? Scheiße. Oh, Junge, ja, muss ja, muss ja, oder? Alter! Level, 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 level. Warum hab ich den abgebaut? Wir hätten voll die geile Monsterfalle machen können. Sollen wir da reingehen? Weiß es nicht, sollen wir es nicht spielen? Da ist Kohle, auf jeden Fall. Also wäre ein guter Anfang eigentlich. Ja, warte, ich baue kurz Sandstone. Okay. Ich hab jetzt vier Sandstone. Oh! Okay. Oh, warte, warte. Loll, da ist noch ein Spawner. Ehrlich? Ja, hier siehst du doch, da, da, da. Ach so, brauche kurz zu. Fuck, warte, ich jetzt Kohle. Ich baue mir die Kohle ab, dann habe ich ein bisschen Licht. Ja, da ist noch ein Spawner. Sauber. Also ich brauche, äh, Werkbank, Werkbank,zubau, die ist ja oben. Ja, die steht oben. Ich habe auch kein Holz mehr sonst. Hast du, hast du? Fällt das hier unten? Hast du Steinspitzhacke, bauen wir ein bisschen Kabel, glaube ich, Frau Kabel? Warte mal, ich mache mal kurz einmal Licht, ne? Ja, und brauche Kabel. Äh, oh, ich habe eine Rüstung bekommen. Ich hab keine Holzpitzhacke. Hä, wo ist da? oder so was die job auch normale lederrüstung was dann nicht mal kaputt ist ja scheint so voll geil doch die ist doch kaputt oder ja aber nicht ganz kaputt haben sagen mein pokémon ist einfach tot ja warte mal ich kann auch hier von hier direkt an die kisten kommen oder ja das war jetzt die kiste ja wie du bist witzig du kannst du daraus noch fackeln setzen ja warte ich muss gucken ob ich da hinkomme also mittlerweile level 1 ja gut 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 da ist noch eine kiste muss dann beiden an beiden seiten oder weg ich will jetzt das ist pferde rüstung geil wenn wir die kisten vielleicht sogar mitnehmen das können wir auch machen also hier ist ja bauen wir das eisen auf jeden fall ab weil eisen ist ja immer wichtig dann können wir schon mal öffnen wir können mal wenigstens einen kleinen start hier obwohl die folge ja wollen wir dann einfach hier erst mal verbleiben ja würde ich nicht sagen dann gibt es die nächste folge dann hier auf meinem kanal wenn ihr hier sehen wollt wie wir starten dann wird das nur auf meinem kanal korrekt korrekt also guckt auf jeden fall da wir haben auf jeden fall noch 15 sekunden die müssen wir uns gönnen hier ist noch kohle die mit dir die 15 sekunden müssen uns gönnen ja gut ob wir jetzt eine sekunde überziehen oder nicht nein das dürfen wir nicht ist jetzt auch nicht so ach das bist du irgendwie ist ja voll komisch hier das gebildet aber da ist ein 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 geo wie heißt das lol lol ich bin im fight hoffentlich stirbt dein pokémon das baktieren in der wand rum lol sein sind dingen zwar fail seine attacke hat viel geschlagen und ich bin tot wir haben einfach beide verloren fängt ja schon richtig geil an wenn ihr mehr davon wollt und das projekt gut findet gibt ihm wieder einen daumen hoch schaut auf jeden fall bei papier vorbei da kommt die nächste folge und was hat mit der ersten geilen heftigen folge wir sehen uns beim nächsten mal oder rein bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss